So, genau an der Stelle, an der wir letztes Mal aufgehört haben, sind wir heute wieder bei Salt and Soldiers. Ah, okay, ich kann also mal in dem Bildschirm starten, das hilft. Beef with Neighbors. Yes, hello, who is there? This is soldier number 766-466. Calling from Chief Redbeard's base, I want to order some big steaks. This is not a god time to talk, we are being attacked, Sorcerers all over the place. Got to go, click. Chief, our Mitsu player is being attacked. Maybe we should help him out. Oh no, our Miet. Ich will es nicht story nennen, he is so bekloppt. We are here to fight Chief Miet. I am glad to see you. Our Ex-Force are only trained to keep targets far away. Our troops are fast, and we will wipe out these intruders. We won't let you down. A friend in Miet is a friend with Miet. We'll all make you do it. We'll be back in the space. We'll be back in the space. Ja, we'll be back again. Ah, okay, his 10 will also be right. Und er schickt jetzt permanent diese Axtwerfer raus. Upgrade completed! Und unsere laufen aber erst von hier hinten durch, okay. Gerade die, das Redesign ist so groß. Wir können noch Upgrade und Mana Regeneration für ein extra Spellcasting. Charge! Ach ja! Zehn, wir brauchen Horgoth. Dive Horgoth, man ist gleich den Fall. Ich bin bereit! Ja, weil natürlich welche Sturm sie noch nicht tun muss. Wer weiß, so würde ich nicht sein. Ja klar, das ist wie bei dem Sack-Tutorial, aber... Oh, oh, der Gehörl ist ein Blitz. Your friend is toast. Eat my lightning bolt. Your friend is toast. Okay, ich hoffe, dass... ... also, wir sollten den Mana sehen. Ich glaube, die Formation ist in unserer größeren Zeit gleich. Das heißt, das ist ein Blitz. Aber das scheint gerade zu laufen. Ich glaube, das ist ein Blitz. Obwohl man das erwarten müsste. Selbst von Master-Skills... äh, ja, ich. Blasenbegriffen zum Problem, will you pay for that? Attack! Oh, das war zum Beispiel... ... und ich bin hier. Also, das ist das Problem natürlich, um im Zauber exakt den zu treffen, den man haben möchte. Denn die sind nun mal sehr nah beieinander in diesem Blitz. Und man hört... ... der Geschrei... ... durchsteckend die ganze Zeit. Aber... ... ich finde es schön, wie er hier... ... wie sie halt hier auf ihren... ... ihren Thronen hängen. so viel Blitz, wo er hier so gut macht. ... war gar kein Gesicht. Zu schön. Ganz ehrlich. Ich mag, ich mag jetzt... ... Am Gottes they're way run down. Das ist halt so... ... das ist... ... auf der Bat really zu beschränkt... ... funktioniert ja halt... ... was ihr einfach geil in den Preis hat. Allein funktioniert es ist einfach in der Ruhe. ... wie auch Teppl sind. Wir haben unsere Basis getötet. Das ist ein guter Job, Zemny. Danke für die Hilfe. Aber der Blackbeard hat mit all unseren Gästen gefahren. Wir werden ihn holen.